Alter, ist das gruselig. Wir nehmen ihn noch zu flankieren. Der neue Patch ist da. Viel hat sich nicht verändert. Die Patchnose findet ihr dennoch in der Beschreibung. Ja, wir mussten natürlich von vorne wieder anfangen. Der Epic Bug hat uns komplett aus der Bahn geworfen. Das macht nichts. Ich zeige euch die neuen Feature, der mit dem Patch gekommen ist. Unter anderem, ja, der Hai, der soll jetzt beweglich gemacht worden sein. Ragdoll-Funktion. Also physikalisch korrekt berechnet. Also hauen kann man ihn nicht. Ja, weiterschieben. Los. Ab ins Meer mit dir. Ja, sieht schon gut aus. Leider sind die Frames bei mir ein bisschen eingebrochen. Seit dem neuen Patch. Es ist auf jeden Fall noch spielbar. Aber natürlich hoffe ich auf den nächsten Fix. So, rein mit dir ins Wasser. Du faule Docke. So, rein. Man will sie nicht ganz. Naja, macht nichts. Wie ihr sehen könnt, zufälligerweise die Yacht ist gespawnt. Die spawnt ja seit dem vorletzten Patch zufällig. Also die könnt ihr nicht überall finden. Da bin ich gespannt, welche Items dort rumliegen. So, rauf da. Und was haben wir hier? Ah, Kassettenrekorder. Sehr geil. So, ein paar Leuchtfackeln. Erstmal anwählen. Kassettenrekorder. Und anmachen. Oh, wie nice. Richtig schlechte 80s-Mucke. Noch was zu essen. Oh yeah. Eigentlich bräuchte man irgendeine Sonnenbrille. Einen schönen Kalbi dazu. Und eine Bad Taste Party. Oh, hammer schlecht. Aber gut gemacht fürs Spiel. Also irgendwie hat es, geschafft das Atmosphäre. Auch geil. Die Waffe. Ja, man findet tolle Sachen auf der Yacht, wie ihr sehen könnt. Schnell raus aus dem Wasser. Ich habe keinen Bock mit den Hallen, mich auseinanderzusetzen. Ja, schönes Ding ist auch mal eine erste Yacht, die ich gefunden habe. Achtet mal ein bisschen auf das Licht und auf die Bäume. Die haben sich im Patch verändert. Oh, krass. Kaum im Wasser gewesen. Hi. Und jetzt wieder die. Meine Tresse. Geben auch keine Ruhe. So, schnell mal verstecken. Ist ja natürlich klug, dass ihr hier die Kassette am Laufen habt und Krach mache. So, die ziehen ab. So, die ziehen ab. Jetzt erstmal Kassettenrekorde ausmachen. Sehr gut. Keine Lust mit dem Stress zu haben. Probieren wir jetzt einfach mal hier eine Küste. Cliffinger mäßig durchs Wasser über die Felsen. Mal gucken. Also, ich werde auf jeden Fall demnächst immer mal wieder, solange ist der Patch erlaubt, beziehungsweise den nächsten Patches, am Berg siedeln. Also, ich mache keine großen Basen oder sonst was. Kleines Lager. Ich will ja hier nicht sesshaft werden. Ich will weg von der Insel. Ja. Nicht dieses Lagerkoller von Losp, dass sie es da schön eingerichtet haben und nicht mehr auf Rettung warten. Hier geht es um meinen Sohn und den will ich unbedingt hier retten. Und den finden wir auch. Ich will da unbedingt hoch. Der Baum sieht ganz interessant aus. Man könnte vielleicht da ein Lager aufschlagen. Ja, über Stock und Stein. Das kann gefährlich sein. Das ist manchmal ziemlich buggy. Oh, leck mich doch. Oh, Mann. Fuck. Ja, kaum sagt man das auch. Oh, nee. Ja, krass. Das ist übrigens auch was Neues. Die Kannibalen, Mutanten, wie auch immer, die schlafen tagsüber zum Teil. Und man sollte sie nicht wecken. Heute ist echt Sadomaso Day. Was tue ich mir da überhaupt an? Ja, los. Ihr alle gegen mich. Kein Problem. Nicht mal eine scheiße Axt ist hier. Oh, nein. Ah, fuck. Fuck. Ah, ja, los. Fresst mich doch auf. Fresst mich auf. Scheiße. Liebe Nerds, bis zum nächsten Mal. Mit auf mehr Skill und Professionalität. Euer Nats Nerd. Ouuuuh. Ich komme aus Ver dominantes. Warte, Film ist,ceptions. Sehr geil. Sch.... Verschwindet, verschwindet! óh. Oh, wow.